Ja, da sind wir wieder und willkommen zu einer Runde Survival Games, also wir nennen sie ja Psycho-Servival Games. Die Runde, die wir nach der besten Runde aufnehmen. Ja, und meine Hand zittert immer noch. Ich weiß nicht warum. Ich hab schon einige Leute getötet und war schon oft in Deathmatches und sowas, aber das war die beste Runde, die ich je mit dir gespielt habe. Also, wenn ihr nicht wirst wovon reden, checkt das Video von gestern aus oder beziehungsweise die Survival Games Runde davor. Guckt erst die anderen Survival Games Runden, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Öh, ich hab Erfahrung und... Öh, ich werd geschlagen, rennen, rennen. Wo bist du da? Komm mit, wir müssen hier auf den Hof. Kannst du mir da her? Oh, ich liebe die Mets. Ja. Oh, ich bin so dran gewöhnt, so schnell zu rennen, Alter. Ja, das war... Wir hatten auch einfach ein geiles Kid. Ach, ich werd geschlagen. Renn! Ich kann nicht rennen. Ist der immer noch hinter mir? Ja. Nein, jetzt schlägt er mich. Geh weg! Renn doch weg! Ja, ich konnte nicht mehr, weil er mich dauernd geschlagen hat. Mann! So, Leute, das ist, was ich meinte. Wir sind einfach die Schlechtesten. Ich bin einfach das Schlechteste Spieler, den es gibt auf der Welt, ne? Oh. Der Typ wird mir gar nicht angezeigt, ne? Oh, da drüben. Oh, da hat noch jemand getötet. Ich werde jetzt einfach an dir vorbei und werde sterben. Oh Mann, verfolgst du mich? Ja, ne? Stelle mich den Kampf. Nein, der wurde schlägt hin. Ja, das war klar. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde Survival Games wieder. Bis dann. Hallo. Hallo Freunde. Okay, ja, hallo. Wir sind Distrik 3, warte. You can find wooden pressure. Okay, das kennst. Eben hat jemand geschrieben, ja da unten, was kann Burmeister. Aber der hat geschrieben, was Kapp, also mit kann, mit Doppel-B statt Doppel-N. Wo bist du, Jamie? Noll. Ja, warum bist du da hinten? Weiß ich nicht, aber er hat mich angenommen. Hey, du hast nicht angenommen. Eigentlich bin ich schon. Ja, ich bin aber nicht mit dir in einem Team. Oh Mann, das ist scheiße. Nice. Ich war halt kurz davor, ihm zu schreiben, ja, Burmeister kann auf jeden Fall richtig schreiben. Oh Gott, das ist echt blöd. Und ich immer, ich, immer, ihr kennt auch bestimmt die Map Tempel, also wenn ihr Minecraft selber spielt auf dem Multiclub da, die Map kennt ihr bestimmt mal. Ich liebe die Map überall, das ist so mega geil. Auf jeden Fall schreibe ich immer, wenn es die Map zur Auswahl gibt, votet für Tempel, votet für Tempel und das macht einfach immer keiner. Das macht mich dann traurig, hier einfach gut, du bist ja hinter mir, ne. Ich würde uns jetzt bloß nicht schlagen. Wurdest du geschlagen bei mir? Achso, wir dürfen uns nicht schlagen, ja, na klar. Ich tüte dich ja auch nicht. Was ist das? Spaß. Jetzt muss ich einfach umdrehen und dich einfach tütteln. Das ist richtig gemein. Ich würde Rage quitten. Oh Mann, wo sind denn hier die Kisten? Gestorben, sind alle geplattet. Hier, hier ist ne Kiste. Oh bitte ne Waffe. Da kommt jemand, Alter. Einfach weg. Ja, nicht. Was ist denn nun? Mann, warum finde ich auf der Map immer keine Kisten? Was sind diese Map? Und Gorme sind da mehr Kisten. Was ist unter mir noch? Warte. Würdest du mir nicht hinterher springen müssen, ne? Ich bin dumm. Ich dachte grad, holy shit, was ist denn? Was ist ne Kiste? Wollte ich grad auf Juck schlagen, aber ich hab's nur noch gemacht. Weil ich für kurze Zeit einfach vergesse, dass wir uns schlagen können. Oh. Das war so klar. Ich hätte dir nicht hinterher springen müssen, ne? Bist du auch runtergefallen? Ja. Ja. So typisch, ich einfach immer was machen und dann... Oder ist jemand da weg? Weg vom Haus? Was ist das denn mal drinnen? Macht, ähm, Sprintwüst. Hier, mit dem Räumen. Oh, warum ist denn nirgends ne Waffe, Alter? Könnt mir ja nicht mal ne Waffe Kraft hin? Kraft hin, Kraft hin, Alter. Ja, wir sind übrigens auch Vanillia-Kraft. Hä? Was ist das? Das wüsste ich mir. Eigentlich ja nicht, aber... Ne, wir lieber gar keinen. Ja, mit drinnen waren sechs Abonnenten. Wir haben mehr als Ronk. Wie heißt der... Der Ronk? Die verarsche von den beiden? M-Ronk. M-Ronk und der Sarrazin? Pass auf, dass hier niemand kommt, weil hier sieht man uns... Das ist ja eine Waffe hier. Ja, voll mit drinnen. Habt du irgendwie zwei Barren oder so, verdammt was? Ja, ich hab ein Koffen, zwei rote und einen Hangel. Das wollte ich jetzt nicht lösen. Warte, ich muss kurz was fressen. Okay. Okay. Ich hab dich ragen. Oder wir überleben einfach so lange, bis wir Deathmatch kommen und direkt getötet werden. Vielleicht werden wir auch Zweiter. Obwohl wir beide ja eigentlich nicht Zweiter werden können. Oder Erster, weil wir mit unseren blanken Fäusten auf den einschlagen, der schon... Komm her. Angeschniegen. Nein, jetzt hab ich den Kuchen eingesetzt. Ich dussel. Ich hab mich grad so erschreckt, Alter. Ja, du bist doch. Weil ich dachte grad so, oh, jetzt sollte da am besten ein Mann kommen, der mich tötet und du schreist los. Oh Gott. Lass mich doch nicht so an. Oh, das war eine Küste. Ein Bogen. Oh, ich habe zwei Pfeile. Wo beißt du? Wie bist du? Das ist ja nicht. Oh, lass ein Team mit dir machen. Scheiße, Mann. Mein Licht ist einfach ausgefallen. Gerade meine Lampe ist ausgefallen. Oh. Aber ich hab zum Glück noch ne Kerze an. Da hab ich ne Lampe und ne Kerze an. Das ist nicht so. Oh, bitte ein Schwert oder irgendeine Waffe und ne Axt. Ich hab das gerade gesagt. Oh, bitte ein Sperma. Oh, die Kiste ist einfach leer. Ja. Voll gemein. Ja, du hast die Amel gespannt. Und das passiert da hier. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich bin so einfach schlimm, wenn's nacht wird. Ich mag's nicht, wenn's nacht wird. Ach so, du. Was? Nein. Eigentlich nur durch Jenny. Über alles. Ich mag's nicht mehr. Mann, wann sind die denn immer alle leer in Christus? Das kotzt mich richtig an, oder? Ich bin der Leerensohn. Höh, mein Partner died? Lol. Ja, dein Teampartner da ist gestorben. Oh, ich hab bestimmt was, ich hab bestimmt jemand anderes angenommen. Ach, Disney hat er gefragt, welche Kapsel wo bist? Ja, das hätte ich doch vorher schon sagen können. Da unten ist jemand. Hast du ne Axt oder so ne Kacke? Ach, ich dachte grad Showdown beginnt, aber dann stand da in 20 Minuten und ich nur so, ach ja. Und wir gehen da lang. Da ist nur noch eine Angel. So, ja, aber stell mal vor, wir wären zu ihm gegangen, wollten ihn töten und ich hätte ihn einfach nicht schlagen können. Sehr gemein gewesen, wenn wir bei den Teampartnern gekürtet hätten. Bei den Teampartner, der, ähm, der Ding ist ja auch noch da, der ist ja grün, der Name. Der Ding ist ja grün, genau. Sonst klang ich ja auch. Ja. 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 Oh, was... Ja. Oh, halt die Fresse. Ja. Oh, halt die Fresse. Oh, Spider-Invasion, lass auch. Einfach weiter rennen. Und wenn eine Spinne vor dir rumfällt, einfach wegrennen. Oh Gott, die Spinne! Hier lang? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir werden sterben! Renn! Wir rennen zum Bahnhof! Was ist denn da? Was ist denn da? Hier ist wieder euer G-Rong und der liebe Sarrazin. M-Anus-Kunst. Was ist hier denn nichts? Dann mach den Shader raus. Ich hab gar keinen Shader drin. Ich weiß. Aber wann ist denn hier nichts? Trotzdem voll an, ne? Können die Kissen irgendwie refilled werden? Ja. Jetzt blitzt's auch noch. Oh, super. Jetzt komm. Oh mein Gott, komm schnell hier hoch. Da war grad ein Typ mit Eisengustern. Höpp! Nicht da lang! Seht ihr, der guckt uns an, oder? Ne, das ist nur Senster. Ich hab schon voll die Paranoia. Ja. Hier sind keine Küste. Es ist nach oben. Da geht's einfach nicht hoch. Nice. Komm hier lang! Ja. Eine Küste? Auf dem Staffel? Interessiert nur niemanden, ne? Das ist eine Küste. Ja, eine Abzwerke. Die Küste ist auch schon, ne okay, wir wollen gar nicht weitergehen. Wir werden eh sterben. Wollen wir in die Mitte gehen? Dann spring auf diesen Baum da. Aber ich muss doch wieder essen! Ne, das ist das einzige, was ich brauche. Ja, du bist da noch in der Aufnahme. Sehr, sehr feminin. Auf den Baum? Ja. Ist da jemand, den ich einfach nicht auf den Baum bringe, sondern daneben? Ich seh überhaupt niemanden. Okay, dann... Die Küsten werden ja irgendwann auf einem aufgefüllt, ne? Ja, aufgefüllt. Wollen wir uns in die Mitte warten? Wollen wir uns in die Mitte warten? Wir werden eh sterben, also. Was soll. Vielleicht ist sie ja irgendwo zufällig noch. Hast du Pfeile? Ich habe nur eine Angel. Immer noch. Wir machen unsere Brot. Ja. Warte, ich kann ein Brot backen. Backen sogar. Ist aber krass. Und ich hab Essen. Ich muss kaum mitgehen. Wir müssen schnell wieder weg. Hier ist wieder Euromatsarachi. Und Euromatsarachi. Was ist denn? Warum denn Euromatsarachi? Bist du auch nicht? Ja. Hier bin ich. Wo bist denn du? Hier. Hast du den Usen hier? Hast du den Usen hier? Hast du den Usen hier? Wenn so verdammt nochmal sterben, ne? Wie viele sind da noch? Bitch, Maya. Das ist live. Ah. Komm schon, wenn sie Deathmatch und sterben sind. Die Folge würde einfach heißen. Keine Kisten. Kisten haben keinen Bock auf uns. Jetzt kriege ich plötzlich Kopfschmerzen. Was ist? What's going on here? Der Zweibelstress. Was? What's going on here? What's going on? Oh Gott. 5 Minutes. Ah, wir werden eh abkacken. Mach dir nichts dran. Oh, das ist schon. Tschö. Jenny fehlt doch nicht lange. Die macht mir nicht lange. Oh Mann, tschö. Das ist traurig. Oh Mann. Oh nein, Medioschuhe. Ja, wir sind eigentlich blöd überdeckt. Hi, und joch. Du hast gerade bei mir so richtig geleckt. Das hätte man auch nicht. Oh, wie ich einfach... Ah, pass auf, geh runter. Hier kommt der mit. Ah, pass auf, geh runter. Ja. Und oben ist auch nichts. Ach, ich wollte schon nicht sterben. Einfach mal, ich das sage und nie, dass mir direkt ein Meteor runterfällt, ne? So richtig. Ich komme jetzt raus. Oh, was zu essen. Hier unten. Ja, da. Genau da. Ja, da. Genau da. Ja, da. Ja, genau du. Genau du. Genau du. Genau dich meine ich. Das war auch nichts. Okay, du kannst zurück. Bist du jetzt ins Wasser? Wo bist denn du? Boah, ich habe gerade gesagt, du sollst da nicht langen. Und was machst du? Du gehst natürlich da... Ja. Ach, ich hasse dich weiter. Okay, ich kann ja dann die Aufnahme beenden. Wir können seinen YouTube-Kanal sehen. Nein. Jöchen, aber das kommt nicht in Frage, weil ich den YouTube-Kanal liebe. Nicht. Spass. Ach, ich bin mir ziemlich mühlos. Kuchen, Brot, Pfeil und Nangel. Ah, dann Kiste. Gib den Pfeil. Ich habe den Bogen. Und stell den Kuchen hier hin. Na, da habe ich schon gespaßt. Wo ist der Kuchen? Ja, du hast den in der Hand gespaßt. Hä, ich habe den da gerade hingestellt. Ja, du kannst ihn da nicht hinstellen, weil er in der Sand ist. Äh, lol. Ich hatte den nicht mehr in der Hand, deswegen. Na, bin ich schon. Ich wollte ihn hinstellen, plötzlich war der weg aus dem Elementar raus. What's going on here? Ich einfach jetzt die ganze Zeit sage, what's going on here? Das war ein böser Zauber, meine Freunde. Ja, Hack. Hacker. Ich bin Hacker. Oh Gott, ich dachte gerade, du schießt mich ab, Alter. Das geht nicht. Das war gerade so echt unnötig. Ich hätte einfach überall hin und hinterher rennen. Ah, hier, hier kommt es. Bealing Items! Alter, ich werde einfach gleich, wir werden einfach gleich teleportet, Alter. Hier ist noch ein Burstum, zieh die an. Hier ist noch ein Backpack, vielleicht ist da was drin, oh Gott. Alter. Jenny, du musst mich am Anfang beschützen, dann kann ich mir ein Eisenschwert craften, ne? Ja toll, ich werde eh gleich am Anfang. Okay, ich werde mein Leben für dich opfern, ja. Ja, nimm das, zieh das an. Oberteil habe ich leider nicht. Okay, wir müssen einfach aufpassen, wir müssen ein Eisenschwert craften und dann sind wir gut. Hast du noch einen Stick? Nee, habe ich nicht. Nee? Nein. Scheiße, dann hätten wir uns noch ein Schwert craften können, ne? Aber Essen ist immer noch nicht da. Hier und jetzt kommt einfach jemand und schlachtet uns ab. Hm, das ist ja scheiße. Wollen wir noch schnell, wir rennen noch schnell in die Mitte? Wollen wir das nicht machen? Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir überhaupt gar nicht, Alter. Aber wir brauchen noch einen Stick, dann könnte ich den nämlich auch noch einen Schwert craften. Vielen Dank. Oh Gott. OMG. OMG, wir werden... wir werden... Alter, der hat... der hat ein verzaubertes Eisenschwert und die haben... sind alle voll gut. Der eine... ne, die sind nicht immer im Kopfschade. Hast du schon die Angel hinzuwerfen? Ja, wie der mich schon anguckt, Alter. Ich töte den. Ich werde sterben. Ja, ich sterbe einfach. Ich sterbe einfach bestimmt, Alter. Ich sterbe, wie ich einfach mit einer Angel auf ihn losgehe. AHHHHH! Ich werde sterben! Oh Gott. Ah, Jenny! Oh, ich werde sterben! Ich hab noch ein halbes Herz! Bist du schon tot? Oh, er hat ihn einge... Ja, ich bin schon tot. Gut, ich will nur nicht. Jetzt kommt er zu dir und will dich töten. Aber ich kann nicht wecklen. Vielleicht kann ich mir noch ein Schwert crafteln. Nein, kannst du nicht. Schade. Ich hoffe, ich sage, nein kannst du nicht. Okay, dann... Jetzt die Angel sucht sich noch Sachen, damit er sich selber töten kann. Ja, okay, dann beenden wir jetzt die Aufnahme. Dann tschüss bis morgen oder irgendwann. Bis das nächste Video auskommt. AHHHHH! Ich muss kacken! CHAPEN! Bis zum nächsten Mal.